Am Sonntag wird's turbulent mit unserem Wetter. Starker Wind kommt auf und der bringt verbreitet Wolken auf den Bergen, Schnee in den Niederungen, Regen. Der Süden bleibt etwas begünstigt, vor allem Kärnten noch länger sonnig bei plus 10 Grad. Noch ist es also mild. Schauen wir uns den 15-Tage-Trend an. Das milde Wetter geht nämlich zu Ende, dann im neuen Jahr geht sich nichts. Silvester bleibt mild, die Silvesternacht um Mitternacht leichte Plusgrade in Wien. Im neuen Jahr dann in der ersten Woche wird's kälter. Silvester und auch die Kälte kommt bestimmt. Vielen Dank, Markus, für diese Prognose. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind am Mittwoch wieder für Sie da. Bis dahin von uns allen hier noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen, bis Mittwoch.